Grüß euch, Servus YouTuber, Leuchtturmister, grüßt euch. Im heutigen Video schauen wir uns mal die Centipäder an. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Diese schöne Artikel kommt aus dem Hause Röckhoff. Ist eine Knallkette, hier ist 1000 Füße drauf, Powerpack. Und den zünden wir jetzt mal an. Wir holen ihn mal raus hier, mal gucken. Ein paar sind schon abgefallen, aber... Oh, da fällt noch einer ab. Den zünden wir uns jetzt gleich mal weg hier. Okay, let's go! Oh, okay. Ich würde sagen, wir machen direkt noch eine, weil es so schön war. Lassen wir den nochmal schön crackling machen. Okay. Pyrus, ich glaube, da ist einer übergeliehen. Wartet! Geil! Pyrus, Abo, Daumen, Glocke aktivieren. Leuchtturmister sagt Danke. Adieu. Geil! ан